Ja, ich überleg mir wieder was. Ja oder so. Jo Leute, was geht ab? Neuer Stream. Herzlich willkommen. Sie sind drei V3 gesquadet. Natürlich wieder mit dem alten guten Squat hier unterwegs. Jungs, wo landet ihr? Ich war grad gestummt. Achso. Mit meinem Opa Bunker-John ist hier. Moin! Moin! Und, äh, mein Onkel Ruinsken. Moin! Das Intro ist schon wieder maximal cringe, kann ich nichts gegen sagen. Aber hier ist auch ein guter Spot, glaube ich, weil hier gibt es die Zündung. Ich lande irgendwo solo, ne, ich komme zu kacke. Ist das der Koffer-Karten-Pier? Der ist doch, glaube ich, da hinten, wo ich parkiert habe gerade. Hey Jungs, ich gehe nach der Runde kurz auf, ich komme gleich dann nach der Runde. Also, nach genau. Pier, wir splischen ein bisschen. Oh, Fichtenhof ist ziemlich down. Ja, ich bin hier gerade ganz schön nach unten gewesen. Fichtenhof. Fichtenhof. Na, äh, Pier, komm mal her. Wir gönnen uns mal ein paar Splessies. Ich habe noch einen Mieter hier, warte. Okay. Jo, danke. Ich habe nur nur Sniper, by the way. 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 Ich werde nur A. Ich werde nur B. Nee. Digga, meine Pickaxe ist so geil, ne. Ich fühle die auch. So fast, Leute. Kannst mal stehen bleiben. Ja. Und ich, dass ich mir die mal be... Warte. Mach mal die Pickaxe. Warte. Mach mal die Pickaxe. Mach mal die Pickaxe. Warte mal. Ist das die Äonenschneide? Keine Ahnung, das ist die aus dem Battle Pass auf jeden Fall. Ja, ich habe die auch gerade bekommen. Stufe 30 gibts die, ne. Ja, kann sein. Wir sind auch alle schon über Stufe 30. Da sehe ich mich. Ich bin Stufe... Fast Stufe 35. Golden Attack. Ach, Digga. Digger, ich hab nicht mal ne MP oder ne Shotgun oder so. Da bin ich noch dabei. Da ist das Klima. Da ist das Klima. Manchmal nicht. Das alles gegen dich verwendet werden kann. Boah, die neue Shotgun hier. Ich spiel sie jetzt wieder. Ich hab zwei Tage nicht untergespielt. Ich dachte, Rage fällt ja immer. Du hast zwei Tage insgesamt nicht gespielt. Das ist kein Wunder. Ich hab neulich mal kurz ne Runde gespielt. Digga, da hab ich auch in so einen kranken Shot rausgegangen. Einmal rausgegangen. Rausgegangen. Ja, manchmal hau ich... Manchmal gang ich auch immer so einen krassen Shot. Was weiß das? Was ist das? Hey. Ja. Der Stream wird noch gebannt. Du hast so... Äh... Wahrscheinlich Phil. Hast du gleich wieder den Bug, dass alle Nachrichten 15 mal kommen oder... Heute nicht so. Weiß ich nicht, Junge. Okay. Ach, hier sind Gegner. Ich bin dead, Jungs. By the way am Rand hier. By the way. Vielleicht werden in Zukunft mehr Streams kommen. Weil, äh, wie ihr wisst, äh, Güterslo ist ja jetzt ein bisschen Fame geworden. Und, äh, wir wohnen halt so in der Nähe von Güterslo. Äh, der Ehrenmann Tönnies. Das vermarktet sich besser für Tönnies. Das vermarktet sich besser. Äh, der hat... Kannst nicht sagen, Tönnies ist einfach ein Ehrenmann. Der hat ein bisschen Bälle gemacht hier und deswegen kommen wir ja vielleicht in Lockdown hier bald. Easy. Und... Filter sind noch... Easy going. Und, ja, dann müssen wir einfach Stream werden, obwohl Lockdown finde ich scheiße. Persönlich. Ja, kann sich nicht, ne? Weil... Ja, lassen wir das. Nix mehr erlauben. Welcher Mensch fühlt das? Und ich find's nicht schlimm, aber ich fühl's auch nicht. Also doch, es ist schon Kacke. Ich hab schon neulich... Oh, das war ein Konjunktiv. Marc, aber das zählt. Bin auch bald aufgebaut, ne? Ja, was bringt dir das ohne übernachten? Ich hab neulich mit Dingern übernachtet. Komm. Äh, ja, am Wochenende. Ich weiß, ich weiß. Oh, weißt du, oder was? Weil wir doch jetzt noch da haben. Irgendein Snaps. Stimmt das auch? Oh, Leute, ich komm gar nicht weg, klar. Mein Vater meint, ich soll gleich runterkommen, noch mit dem was essen. Jetzt bringt mir meine Mutter noch was anderes hoch zu essen. Jetzt muss ich gleich runterlaufen, um was zu essen. Um hier oben nochmal was zu essen. Ich fahr ja schon wieder, das macht schon wieder keinen Sinn. Aber wie lang ist das schon weg? Ja, weiß ich nicht. 15 Minuten. Eine Runde. Ihr zockt an der Duo-Runde, dann ist der Bunker. Dann ist ja auch wieder dabei. Ja, vielleicht einfach direkt am Anfang rausspringen, damit wir fertig sind. Marc dann wieder da ist. Na, ich weiß nicht, wie lange ich dauere. Können auch... Wie lange ich dauere? Also... Ja. Ja, das ist schon GG, oder? Dead. Doch nicht. Es ist... Es ist very... 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 Gut, dass man das auch gar nicht auf der Map sieht. Guck, wo ich bin, Junge. Da sind wir dabei. Da ist... Da ist... Rinden, der Service steht bereit. Fichtenhof. Fichtenhof, Junge. Ich glaube, hier ist irgendwo der krosse Karpfen. Ich glaube, da ist er. Ich bin hinten links. Boah, Nektarin und Johannes werden. Da bin ich auch dabei. Da bin ich dabei. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier ist der krosse Karpfen. Oder... Dass du nicht weißt, wo der Matespot ist, ist auch ein bisschen... Kurios. Marc ist ja schon... Äh... Phil, tolle Tarnung. Leute, ich bin hier in WP-Groß. Sieht sie geil aus, oder? Ja, ich weiß. Hier. Oder da. Ist der krosse Karpfen. Ja, eigentlich dann nicht immer so ein Schiff, das rumfährt. Aber die sieht halt wirklich geil aus. Ist ein Schlau. Digga, wo ist die Kiste? Hä? Da sind wir dabei. Wie, da vorne? Guckt mal bitte. Nein, ey, kommt mal bitte her. Ja, jeder weiß, dass es da keine Kiste gibt. Das ist so sinnlos. Sinnlos. Eins. Loschauer. Supergeil. Ich krieg wieder... Da könnt ihr auch ein Zehner wecken, dass es Mats ist, an der Stelle. Ich wette dagegen nicht. Aber kein Zehner. Äh, da liegt noch ein WG. Lass... 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 Lass mal einen Kommentar da. Wer am Stizzli-Dizzle ist hier. Piero Grinch halt richtig rein, Alter. Ich muss einen Kill mit einer Piste machen, dann krieg ich 14.000 EP. Neh mal mit, Jun. Marc, aber das Haus brennt hier auch ab, ne? Alter, wie hast du das geschafft, Junge? Nehme ich da einen Chiantina-Trunk. Lol. Hä? Nicht mal lässt es Phil einfach kicken. Wie hast du das geschafft? Mach nochmal. Mach mal bei dem Haus da. Hier bist du los. Ist das ein Chiantina-Trunk? Weiß ich nicht. Indem es einfach anz... Ich bin Mats. Ich wusste, dass Mats ist. Ken. Doch, ich wusste, dass die brennen können, aber ich wusste nicht, wie man das macht, weißt du? Ja, warte, ich suche noch einen. Phil, hier sind solche Slurpfässer. Ganz viele. Ja, das stimmt. Ich hab Phil auch schon 8 WGs markiert, aber ihn jetzt hast du eigentlich nicht. Ich will mich sehr fassig, Alter. Hä, Digga, bin ich dumm. Wo ist die Kiste hier? Wo ist ein... was heißt hier ein Chiantina-Trunk? Diese roten Fässer da. Die kleinen roten, die ist bei The Rig ab. Dann stellst du die irgendwo hin, dann schießt die an und dann... ...wird's rund. Dann brennt das halt alles. Da... da... da seh ich mich, ne? Digga, ach hier ist weh. Da hinten kommen Dinge ins Maradero. Ist das halt weg hier? Ey, Leute, hier liegt ein Schlürfisch. Ja, den hab ich auch markiert. Und ne blaue Teile. Irgendwie juckt's ihn dann, wenn ich irgendwas markiere. Ich hab's nicht gesehen. Schon ein bisschen sad. Was ist so für ne Bananentarnung? Bis jau. Ich hab's noch. Ich hab's noch. Moinsen, ich steig ein hier. Ey, ey. Gehst du vorne rechts hin? Ey, ja. Vorn rechts. Ich glaub von hier, oder? Pia, mach mal nen... Junge, die sind da, Mann! Was ist mit euch? Ach, Digga! 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 Oh my god! Ich wurde weggekickt! Ich hab zwei Leute mit dem Heli-Knock! Ich hab zwei Leute mit dem Heli-Genock! Was für Kacke! Die Musik ist halt auch vom Heli, ne? Okay. Ah, wo ist der? Hab ihn! Du Maradeur, Junge! Maradeur! Wer hat die Lila... Braucht einer die Lila an der Piste? Oder wer hat die genommen hier? Ich bin da so mit dem Heli reingedüßt! Hey, hier ist der andere! Hier ist der Maid! Pass auf mal! Ich muss mir kurz ein Dings gönnen! Auf offenem Meer! Auf offenem Meer! Der ist direkt vor mir hier! Leute! Leider lädt die Pappe auf! Leider lädt die Pappe auf! Aber nicht der Bunker doch nicht hier, oder? Einen Heats! Irgendwie da zischt, alter! Aber das war irgendwie nur so ein 40er Heats! Ne Mord! Stimmt die doch irgendwo! Er ist von mir! Abi mit der Pistel! Nur 14.000 EP auf Nass! Auf Nass! Nehmen wir den Rocket Lounge am Meer! Nicht! Ey da... Ich hab halt 14.000 EP dafür bekommen, ne? Junge, ich bin gleich Level... Das ist krass, ne? Level 35! Einfach wegen zwei Shit! Ey, er hat einer Minis! Schade, dass du ein Scheißkerl bist! Ach ja, Moin, Digga! Hat er einer Minis? Ja, komm! Wo bist du? Kacke! Da! Hier! Hier oben! Mach den Ninja Tanz! Warte! Wenn ich dich getrunken hab hier! Kann ich nicht im Wasser! Aber auch Landgangland! Boah! 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 Ding an! Hey, Leute! Ich wollte nur sagen, bei Mick wird's gleich richtig reinkicken! Der ist jetzt schon wieder Johannes Bern! Das ist drittmal heute oder so! Boah! Hier links! Rechts! Links! Hey, Pierre! Check Phil, dass du grad live bist! Weiß ich nicht, das hat er aber letztes Mal auch schon so gemacht! Ich mach das immer! Wir haben hier stabile 0 Zuschauer am Start! Da bockt er aber auch schon wieder da! Da bockt er auch schon wieder da! Very solid! Da kickt er fame aber auch schon wieder rein! Der fame kickt da! Der mette ein echter friend und kein fake friend, für ihn zugucken! Was hast du gesagt? Der mette ein echter friend und kein fake friend, für ihn zugucken! Was sagst du zu der Aussage? Die hat er 2 Stunden am Tag für soziale Medien! Was? Wusstest du das nicht? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wusstest du das ehrlich nicht? Oh nein! Ey! Ist der Truck schon wieder weg? Der Truck! Leute! Ich hab das Gefühl, dass das ein Win wird! Ey! Lass mal eine Win-Serie machen! Kann einer die Markierung da bitte entfernen? Ich würde den kleinen Stream teilen tatsächlich! Auch! Nehm ich auch! Der Stream kann... Machst du auch mal auf jeden Fall ein Foto und dann als Snap so? What? Jolien? Jolien! Ey Mark, Junge! Ich hab neulich noch mal als Tom bei mir gepentert, ne? Haben wir uns noch mal dieses Live-Video angeguckt, ne? Vom Geburtstag, guck mal hier! Ja? Und da ist... In deinem Insta-Steam ist Jolien dann reingekommen und dann als sie reingekommen ist das immer... Jolien! Jolien! Haha! Was? Very cringe! Tatsächlich! So! Awww Jolien! Jolien! Dieses Video ist aber eh Legende! Aua mein Fuß! Der Baufight? Der Baufighter! Aua mein Fuß! Fächer! Was sagst du dazu? Aua mein Fuß! Mein Handy! Aua! Mein Handy! Aua! Mein Knie! Ja! Tom! Aua! Was hast du da gemacht? Ja! Knie Scheibe raus! Im Top-Praxis ist die immer noch draußen! Hahaha! Da liegen doch Minis! Wenn die einer mit dir landen! Na, Mini! Warte! Ich muss jetzt gucken, was da liegt! Leute! Splasht euch diese Softpacks rein! Stein! Muni! Ich will mit Splashen! Wartet kurz! Ich will auch mit Splashen! Warte! Da hinten liegen noch Dinge ins Loch! Hat jetzt wer die Softpacks? Ne die liegen hier! Splash da rein! Alter! Leute! Da hinten liegt noch gut! Da sind wir dabei! Nein! Ich glaube in... Auf... Lass mal auf Agency drauf! Junge! Aber wie! Dann haben wir den Maximum ein eigen! Weiß ich nur! Authority ist doch das hier! Ist das doch! Marki ist voll korrekt! Weiß ich nicht! Ich würde so... Doch die Fresse halten! Oder... Digga! Da ist ein Hai auf Land angegriffen gerade! Hat ein Hai auf Land angegriffen! Nein! Da ist ein Hai auf Land angegriffen! Der sch... Der schwimmt hier oben drauf! Guckt euch den nochmal an hier! Bitte! Digga! Der Hai ist da oben drauf! Keiner Typ! Leute! Ich bin hier im maximalen High ground! Ich komme auch noch hoch! Moin Mark! Warte! Einer hat was geschrieben! Guten Tag! Estelle ist auch wieder da! Eera! Moin! Moin! Ich habe hier aber auch noch... Oh! Einer hat ein 35er Hit! Oh! Einer ist übel weiß! Oh Gott! Habe ich den noch gelasert! Einer da unten! Zwei Zuschauer jetzt schon! Was geht! Also bei mir ist alles gut hier! Ääh! Mark! Phil bei euch so! Sie hat gefragt was fehlt! Was denn? Sie hat gefragt was fehlt! Ja! Ne? Muss ja! Alles fit im Schritt! Moin Mark! Ist der immer noch da unten? Moin! Die Splash! Da unten! Und da unten! Da unten ist auch einer drin! Der piekt immer da jetzt! Kommt da! Der läuft da hinten! Boah! Der war da rauf! Boah! Der war da rauf! Und da unten! Einer ist hier bei Phil! Das ist nur einer, Jungs! Das sind zwei! Du hast recht! einer 120 erhält einer stadt einer da noch einer stadt bei mir ist noch einer bei mir ist noch einer ich kann nicht markieren er will wieder leben er geht runter kommen er will wieder leben erst hier er baut ein wie jetzt krabbel doch nicht weg ach kommt hier das ist eingesperrt das ist eingesperrt ich habe alle geholt er ist noch einer ich habe ich nicht holen wieder drei leute nicht nicht so toll jetzt ist er schon lebt da kann der bunker die pressure jetzt oder was erst mal mit 80 metz auf high ground gehen Ich weiß nur, dass du wieder 600 hast. Nice. Guter Call auch. Hier, Mark, ne? Ich lass es einfach mit der Englischaufgabe, ich hab null Motivation, haha, hat sie geschrieben. Ach nein. Miese Zeit. Ich könnte die, ich weiß nicht die Englischaufgabe. Okay, hat jetzt niemanden gejuckt, aber ja, lol. Alle, seid doch schon wieder hier. 89er Start. Mark, Digga, du holst den Win. Safe nicht, Bro. Ach, das ist ja auch heftig. Der ist auch los. Ah, fuck. Gut gespielt, Mark. Ah, Jungs, ich geh in die Lobby, ich mach kurz auf Offline-Dings, dann geh ich kurz was essen, dann bin ich gleich wieder da. Aber gut gespielt, Mark. Sie hat auch was geschrieben. Sie hat gesagt, okay, hat jetzt niemanden gejuckt, aber ja, lol. Moin. Moin. Moin, Meister. Moin. Der Mark, aber das kriegen wir auch schon hin, ganz ehrlich. Ja, easy. Ich bin da zuversichtlich. Du bist zuversichtlich, ne? Aber wir gehen ja noch morgens, dass wir noch einkommen. Einen Fusch'n Penis. Oh, fuck, wir sind ja immer noch auf YouTube. Oh, ich hab den Kasten drängen. Einen Forder. Digga, ich hab's irgendwie nach oben da unten übergemacht, ne? Oh, der Bunker-John ist hier lag, ganz schön. Okay, Dreieck. Beteiligung. Sitzt aus. Tja? Ach, nicht Teams. Sollen wir durchspielen jetzt kurz? Ey, mach mal Teams, mach mich auch bereit. Und mal Einladung von Mark, warum? Warum lädt er uns jetzt ein? Ich dachte, der sitzt aus. Kannst du mal auch bereit nicht machen? Ich hab noch Teams drin. Ich bin auch nicht bereit. Ja, lol, bei mir steht bereit. Ja, aber mir steht auch, dass ich bereit bin. Ich verwalte dich meist zum Gruppenanführer. Bei mir steht auch, dass ich bereit bin, aber ich bin eigentlich nicht bereit. Bei mir steht für drei. Warum tust du die ganze Zeit Einladung? Ich auch. Das... Ja, aber wofür? Ja, ich mach auf bereit, du's. Mach auf du's und dann auf bereit. Ach so, ja, hab ich. Ist bei dir du's? Ja, ich geh kurz auf... Ich springe kurz auf Toilette, okay? Mach schon mal bereit. Ja. Jo, Olli kickt mal wieder. Äh, warum Jo, Olli jetzt? Aus welchem Grund? Versteh ich jetzt nicht ganz. Mach hat was davon gesungen. Naja, kann sein. Kann sein. Ich weiß nicht. Ich hab mir dieses neue Lied immer noch nicht angehört. Hat er neulich auch geschrieben. Aber ich hab's mir noch nicht angehört. Einsatz, aha. Ja, ich hab's mir nicht angehört. 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 Oh, warum hast du nur eins? Ich schna... Ich schna... Hallo? Moin. Moin. Oh, geiler Tanz. Koin. Doh. Moin. 1. 5,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 2,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 2,5. 1,5. Mir ist es Wurst. Sag was. Dann lass... Retail? Dann lass danach zur Catty. Oder jetzt schon. Lass Catty oder? Lass erst Retail den Loot holen und dann zu Catty oder? Aber... Ja, okay, wir landen Retail. Aber ich würde... Ich denke, dass wenn wir dann dahin kommen, dass... Ist schon gelootet worden. Aber egal, das Retail. Kann man auch. Da haben wir vielleicht mehr zu looten. Ich muss dann mal wieder gehen. Tschüssi. Tschüssi. Bis dann auch. Tschüssi. Wer auch immer das geschrieben hat, Leute. Bis dann. Oh. Der Boss-Boy hat einen niedergestreckt. Äh, wo sollen wir landen? Links oder rechts? Ich lande hier. Ich hab's absolut nicht gesehen, die Markierung. Ich geh unten rein, okay. Ja, ja, ich hab zwar keine Waffe, aber... Ich auch nicht. Ich hab ne grüne Piste. Ihr seid noch maximal viele in der Luft. Digga, der muss doch gleich hier mal landen. Digga, der muss doch gleich hier mal landen. Der ist immer noch von der Luft hier, der Typ. Ich geh jetzt direkt. Der muss hier irgendwo sein. Digga, auf mich wird gesnipet. Bei mir sind zwei Gegner, Hilfe. Ich hab kein Mensch. Ah, die sind gegeneinander, ne? Ich weiß nicht. Ja, ich komme. Yo, ganz ruhig. No, ich hab' ich so erschrocken, ne? Ich hab' gedacht... Hier liegt der Tag drin. Er ist unten drin. Ja, bau dich runter. Er ist hier. Hab ihn. Dead aim, brother. LOL! Was tut das? Er ist bei ihm. Er ist außen. Digga, dead aim. 30er Headshot nur, aber trotzdem dead aim. 30er. Ja. Auf, äh, maximal ne Nähe. Okay, ich bin aufgefunden, dass es in Fortnite keine... ...keine Polizei-Autos mehr gibt. Nee, aber komm mal her, ich hab Splashies hier, warte mal. Hier, komm her. Ja, hier stehen keine. Ey, da hinten war noch Files. Ach, da irgendwo. Er kriegt die ganze Zeit Einladung vom Kremlin. Ja, ich grad auch. Hä, soll ich ihn einladen? Boah, Ska. Ey, kannst du ihn einladen vielleicht? Dann kann er schon in unsere Gruppe kommen. Weil er vielleicht schon wieder da ist, dann. Warte mal. Ich geh schon mal wieder hin. Ja, ich bin kein Anführer, aber ich kann ihn einladen, ja? Warte, ich lad ihn ein. Wollen grad sein einladen, kannst du ihn, glaub ich, trotzdem. Bei mir ist ein Gegner. Boah, hilf, brauchst du Hilfe? Ah, ich seh ihn, ich seh ihn, er ist hier. Ich weiß es nicht. Ich hab ihn. Kannst dein Loot nehmen. Digga, ich hab mich mit Check oder eher wahr. Hier sind auch noch Gegner bei mir irgendwo. Da ist er doch. Moin. Moin. Wir sind hier grad in einer Runde, ne? Ist das noch okay? Hat irgendwer... Ja, du, alles. Mach keinen Stress da. Alles entspannt. Hat irgendwer irgendwas Besonderes geschrieben? Irgendwas Tolles, Schönes? Eventuell auch Erfahrenswertes. Er meinte, dass du nur so irgendwas von Your Holly gesungen hast erst? Ja, klar. Und dann hat sie gesagt, sie muss wieder gehen. Ja, aber... Ach, Mensch. Also sie ist jetzt weg. Ja, sie ist keine 12, sie ist jetzt über 18. Ey, Gegner, 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 Gegner. Äh, Gegner? No. Mhm. Boah, da seh ich Pierre, den Boss. Stinger 85. Linger, Linger, Ling. Oh, kommt gerade hier an der Stelle. Boah, ja, meine Eltern haben grad schon wieder Sprüche rausgehauen. Äh, wo ist der Gegner? Äh, wo ist der Ding ans Mage? Das muss ich euch gleich sagen irgendwann, wenn der Stream aus ist, Alter. Aber hier auch mit dem Pass im Backbling, ne? Damit du auch unter Wasser atmen kannst, ne? Wow. Er war aber auch lost. Aber ich brauch die... Ich eat hier in der Zeit noch was. Ich brauch die... Was denn? Grad ess ich Nektarin. Mark, du kannst es ja... Schreib dann doch, wenn er sich in den Stream gehört hier. Hm? Noch mehr Gegner hier. Boah, Pierre, die sind so unfassbar lost, das sind solche Boards. Ja, es hat ein bisschen gutes Aim. Digga, ich hab keine AR mit. Pierre, du musst tabben. Nicht so viel schießen und dann tabben, dann sind die Schüsse präziser. Ich bin L2-Spammer. Trotzdem tabben. Ist der Zuschauer? Ja. Halt so schießen, dann bis das Fahrenkreuz wieder dünn wird, dann nochmal schießen. So, ey, hast du den geholt hier, der hier direkt close war? Nein. Da läuft er doch. Tabben. Hm. Sieht doch schon besser aus. Tipps vom Pro. Ich gucke. Ein Zuschauerstar. Wer? Weiß er nicht, kann ich ja nicht sehen. Ja, eben, ne? Ah, da, 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 da drin. Digga, ich baller jetzt Granaten. Oh, fuck. Wo fliegt die hin? Ich hab das Boot. Schöner Hit. Das war das Boot. Hahaha. Ah ah. Üah. Leute, stört das sehr, wenn ich esse nebenbei oder juckt das nicht? Wenn du Partnership für Low dere just, dann... Aber was ist der Fall? Bei mir, ich hör nichts. Mads, Mads is wieder da, Ehre. Länge, Länge, Länge. Digga, warum ich noch auf den Pisten, war mal rein. Ansonere 7 die Kuhlola. ich glaube so was nennt man eher ohrwurm hier sind steps eingezahlt er ist bei mir, Phil, ne, er will ja, ich seh ihn Leute, wollen wir gleich noch creative zocken oder nicht mehr? nein das mag sein kreativ, ähm, fuchs ist für jeder gute spieler spielt den kreativ wir müssen in der zone oh jo tappen, tappen hey, Phil, ich hab nen jumphand aber keine meds mehr eieieiei, jumphand kannst ne platte bauen hochbauen kurz, platte ey, der ist noch da, der ist noch da Hilfe komm hier durch, bau jumphand hier ich hab hier's schon gebaut mach hier jetzt, bitte schnell, bau hoch und platte, platte, platte platte ich schaff's nicht, glaub ich doch easy wir schwimmen ja alle mit dem strom technologie oh, mark, nein, hör auf das wird mein größter urwurm der FDR und geschichte technologie soll ich das vor rappen oder soll ich das auf dem stream lieber nicht machen nato, mit nato, Pierre was und lass mal er aushalten boah, was ist das für ein hängelgleiter hab ich aus welcher season season 3 oioioioioi was ist das für einer so'n roder hier, guck's dir an win-hängelgleiter hallo oh, hier sind Gegner gant euch den drop darf ich den gleich öffnen, Pierre da ist ein bisschen herausforderung null, aber der Gegner ist ansatz du hast keine Metzen, ja? der Pfeil hat keine Metzen irgendwie ooooooh kennst du das Film? wenn du Johannes Ben isst am Anfang sind die noch lecker aber irgendwas ist die einfach nur sauer und kickt nicht richtig was? nur da sind zwei Gegner kenn das ja ja mag aber jetzt bin ich grad beim Punkt wo es langsam anfängt zu kicken meine Mutter meinte heute auch ich komm mir so Johannes wenn meine Mutter so und kickt ich mein so, jo kickt richtig, ja soll ich den alexa-technologie vorrappen oder eher nicht? tu es oh, ich hab jetzt der Haut ich hab keine Dinge das ist keine Metzen und er snipet auch was soll ich machen? frag ähm Dings wie heißt die Plattform wo man Fragen stellen kann? frag Google oh hoho halt's Maul scheiß Aura-Skin Junge Aura ist irgendwie mein Hass-Skin geworden weil ich den immer sehe und immer von dem gekillt werde Leute, ich geh auf Match verlassen ich bin auch schon in Gruppe da musst du nicht, aber ja doch wir müssen auf Team stellen geht so wenn ich drümmbe Technologie nichtmal bin ich hier da around geblieben, Mark Technologie wo wär ich bloß ohne Technologie ohne Wille war ich sonst dumm du solltest alles wissen selbst warum auf einmal willst du nur da die Zeit sicher dich für mich bereit denn so hat sie gedacht es euch nicht lieb jede meine Features lieb sing 1, 2, 3, war laut Boah, das ist von Pierre er war wieder die Nike muss er mal bitte klippen Boah 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 das war die letzten Boah das ist Junge ich ich trinke kein Level ab beim Zocken oder so ich kick mir einfach die Johannes werden rein ist auch ein Meisterwerk der Natur Könnt ihr? ich kann jetzt bin on ha ha ne, hab mal auch Schule wer besser halten Dings die mit denen wir immer zocken Aaaaaah ich glaub die ersten haben aber auch ich erwarte kurze Frage kann die Person singen oder nicht? bitte kein Copyright hier Copyright, Alter ich möchte nicht, dass der Stream so ein Strike wie Gamerbrother bekommt Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Robert, der hat einen Strike bekommen Aaaaaah nur mach die Scheiße, Junge Kann ja sein der wird gestrikt der Stream da Technologie Dinger Pia dann würdest du dafür weil ja das des Flusings genauso CopyStrike bekommen das ist genau dasselbe Einer hat Reiter Pony hier Wieso nicht? Aaaaaah der Ben hat Reiter Pony Wahrscheinlich ist es ein Ben Dinger, filtern es dir doch auch um Filtern sie auch um Pia wieso ist das nicht das gleiche das musst du mir kurz erklären Was? Warum das wenn du singst das was anderes ist als wenn ich was anmache Weil ich singe das und du machst das anders Theoretisch ist das und wenn andere singen wenn andere singen Theoretisch ist das von mir noch mehr Copyright, ne? Das von mir war ja auch gesungen von wem den ich kenne Scheiß auf Ich war das kein Copyright Wozu? Was soll der Geiz? Wer war das? Das war diese komische diese Vanessa aus Wichtenstein da diese Weiß ich auch nicht Die die sich mal den Arm hacken wollte im Insta-Livestream Weißt du noch? Arm abhacken? Weiß ich nicht die sich umbringen wollte Er meinte Yo ich steh grad auf der Brücke So wie die Ah die Ja Die Och jetzt hab ich die Kiste kaputt Och jetzt werd ich ja schon wieder eingeladen Phil Sag mir nicht du auch Ich auch Oh Gott Wir können aber auch abwarten Ey Emma kommt halt nicht, ne? Wir könnten Pierre wir könnten nen Squad zusammen machen Wir könnten nen Squad zusammen bringen Ey was sind das? Soll ich die einladen oder ist das nicht gewinnt vom Streamer? Ich frage jetzt direkt weiter zum Gamer LP Gamer LP? Also sollen wir sie einladen? Mag oder zu? Muss halt damit zufrieden sein, ne? Die muss ich damit zufrieden nehmen halt Ja dann soll sie reinkommen und dann sagen wir Yo Stream ist online Soll ich sie einladen jetzt? Ja Jungs Ach soll halt eins Okay Jungs Mag ich hätte das nicht sagen dürfen Oh Gegner bei mir Welch Wunder Ey mein Name Ey Was und hey Hallo? Moin Moin Kurze Angelegenheit wir streamen, ne? Wenn du keinen Bock auf Stream hast Sobald uns 10.000 Leute zuschauen Es sind grad zwei oder so Einer Was? Oder niemand Ey Wie ist nicht 80.000 Freundschaftsanfragen bekommen? Okay Ey Brody Ich würde eh keiner angehen, wenn ich die nicht kenne, also Ey von wo denn? Wieso trifft er mich die ganze Zeit? Schön Fichtenhof Fichtenhof klärt alle weg Oh der Gold ist gerade der Ach Ach Wer ist der alte Mann? Das ist doch ein Mark Der alte Mann Das ist der alte Mann Ey das ist halt der geilste Main-Skin, Alter für mich Schmüffel Schmüffelt auch ein bisschen Das sieht halt echt aus, als würde echt so stark stinken, Digga Der stinkt halt auch richtig kacke, einfach Ey Leute, ich hab ja mal ein Mac-Felgo Stinkt so hart Digga, das riech ich bis hierhin, ne? Ohne Spaß, Junge Ne, Junge, wenn ich bis dahin bin Oh, Mark ist näher mit dich, Alter Oh, Phil, pass auf, Alter Alter, Mark, Digga, die Füße, Digga Ich bin einfach, ich, ich bin einfach eine laufende Stinkbombe, da kann man nichts gegen sagen Ich mach auch Damage, wenn die Gegner sich nicht mehr haben Eine laufende Stinkbombe, so hab ich's aber auch noch nicht gehört Ja, jetzt hast du's gehört Was ein Wunder, ne? Du erzeugst so Augenkrebs Was? Ja, so jeder sieht dich und das Zeug so Damage, weil jeder Augenkrebs bekommt Ja, du mach, äh, nicht mach Malala Aggregie, wen noch? Malala 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 Ey, Leute, ich war neulich so random in einem YouTube-Livestream, ne? Ey, hör mal, hör mal kurz zu Ich war neulich so random in einem YouTube-Livestream, ne? News von aller Welt, ne? Und genau als ich eingeschaltet hab, haben die da irgendwas von Malala gezeigt, ne? Frau Triggert mich komplett entwerke, einfach Digga, mich nervt ihr Englisch And, um, yes, um Sie spricht voll komisch Ja, lass die mal, die ist... Ja, die ist Indaren halt, lass die drauf Aber weißt du, was in Indien ist? Weißt du, was in Indien ist? Junge Fehl, du bist grad hart am Stottern, das wird die Leute genauso abhacken Ey, weißt du, was in Indien ist? Soll ich euch sagen, was in Indien ist? Billig, 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 Billig Ey, weißt du, Alter, das war so egal, wir haben neulich, ne? Wir haben irgendwas drüber geredet Wie Pierre einfach übel rein gecringed ist und es dann erst gecheckt hat uns dann übel unangenehm für ihn war, oh Gott, der arme Nein, eigentlich nicht Es ist überleid, aber... Eigentlich nicht Der so, Billig, 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 ist da geil, danke, antwortet ihr dann, ohhhh Nein, aber guck, und dann ist das so... Ich wollte das doch nur erklären Digga, Tom ist mit seiner Gucci-Camp gekommen, ne? Gucci-Camp? Meinte er also, weil er aus der Türkei hat und so, und dann meinte er sogar, aber in der Türkei ist alles Billig, Billig, Billig Aber hat der Typ nicht übel viel Geld, wenn er so viel Geld hat, warum kaufst du sich Fake Gucci-Caps? Tom hat, Tom meint die ganze Zeit Hunger, wir, ja, wir wohnen in ner Wohnung, siehst du als ob wir viel Geld haben, oder was? Hier hat der Haie, der epische Haie, der epische Haie hier Ey, ich hab nie den epischen Haie gesehen Ich will auch den epischen Haie sehen Ich will auch den epischen Haie sehen Boah, wie krass, den epischen Haie Ey, du fährst mir zu, ne? Wo seid ihr? Nein Also, ich grenze gerade Ey, da macht ein anderes! Ah, geil, alle gucken mir zu, immer den besten Spieler Ey, Leute, ich will den erst sehen, den epischen Haie Ich will den erst sehen, den epischen Haie Ich will den auch sehen Na, gleich Nice Ey, äh Er greift mich jetzt an hier Das war ein epischen Haie Der sieht aus wie ein normaler Haie, irgendwie Der ist in lila Der ist lila, Junge God Oh Oh Krass Ey, krieg ich die Aufladbare? Das war ein Jagdgewehr Ich glaub dir Das war ein Jagdgewehr I'm lost Wer hat meine, wer hat meine Shotgun? Hier, danke Gegner Okay, ich hab jetzt Was? Das ist lustig, ne? Ey, das war der Typ aus der Lobby, Junge Hm Eberbester Moment Ich Ich hab gedacht, man trifft keine Gegner aus der Lobby Geh Geh Junge Ey, wachst du aus der Lobby? Was war euch? Digga, aus dem Dingens Halt die Schnauze, Junge Aus dem Dingens Den ich da gelesen hab in der Starter Lobby, Junge Geht aus der Lobby, die sieht dich da aus der Lobby Heils Maul Ja, komm Ey, ich check nicht, was da kam, da so lustig ist Ich versteh gar nichts von dir Ja, weil ich gesagt hab, ein Lobby, Junge Er hat jetzt gesagt, dass der bei uns in der Gruppe war Und ich meinte dann, dass der Dass ich den an der Starter Lobby gesehen hab, so Aber mag aber nen Bad? Das bringt doch nix bei dir Du ziehst doch die gleichen Stinkbombe hinter dir her Okay, I guess I guess Oh wow Oh wow Was für Stellen? Ja, wo man mit der Harpuniere Ja, was sagst du dazu? Ja, was sagst du dazu das Menü zu Docken geht? Ja, aber was ist denn dein Zweitname? Auf Tele-Uni musst du die ganze Zeit so ja dein Zweitname Boah, ne, da müssen wir jetzt echt nicht drüber reden hier Ah, Digga, der hat Zweitname Ach, komm Maurice Moris Moris Ach, komm Ach, Felix Ach komm Adresse geleakt Felix Moris Nein, ich heiß dich Moris Der Sack Na, komm Felix Felix Wir sind gerade wieder an diese Katzenfutterwerbung Oh Oh, bei mir ist der Übelsweater Ich dachte immer Kacke, aber der sweatet gerade ein bisschen rein irgendwie Ich komm rein hier Oh, wow Oh, wow Der hat Kids Aufladbare Schrotplänter Der ist Digga, ich werd die ganze Zeit runtergeschossen Solid fill Aber der ist slow, der ist slow, der ist slow Der ist slow Der ist slow Schlau, Meier Ja, wow Schlau, Meier, du Ich hab keinen hier, weiß ich nur Schade Oh Uff Boah, mit einem Scharfschützengewehr zu Boden geschickt, ey Der Ei greift auch noch an Uff, okay, die Bam 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 Bababam Puschtauf, ne Puschtauf mit 20 Leben und zwei Gegner ab, yeah Oh, ups Pierre, der hat Kids Aufladbare Schrotplänter Ich weiß nicht, ob der jetzt noch immer low ist Junge, der Schuss war's Abseilen Ja, man hättest... Yo, 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 yo Mach doch auf Jump und Shot Ah Uff Oha, oha, le Lack Lelele Ja, moin, noch einen Shot gegeben Er hatte full life Ja, ich hab ihm Ich hab dem Shot gegeben und den anderen Ja, moin, Digga, einfach, ey Ey, ich hab nicht gesehen, wo er war Ich hab einfach mit das Biber da reingeschossen dann, ne Lack Mach ich Ich hab's geschrieben, der hat ein bisschen geleckt Deswegen hat's bei mir auch geleckt Ich muss ihn dir die... Was los? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Nein, das ist vielerreiz Woran bin ich jetzt noch wieder schuld? Luka, Alter, die ist immer so Mark, du bist eine lebende Legende Das ist aber eine lebende Bunker-Jonesy. Ja, guckt euch den doch mal da unten an, wie verängstigt der schaut. Man hat sich ja auch was ins Gesicht gemalt. Kannst du dir mal ein bisschen Berry machen, das war? Ich zeig dir schon. Achso, ich bin ja praktisch. Wir sind schon. Ich bin schon ready, aber bei mir ist schon irgendwie völlig komisch gerade. Hey, ich muss wieder zuschauen. Hey, what the fuck? Ich war schon in der Lobby halt, ne? Ja, dann mach dich ready. Ja, aber ich hab mich dann ready gemacht und dann hab ich... Learn to play. Ja, I'm sorry! Ich hab mich dann ready gemacht und dann hab ich irgendwie... I don't care. ...wem zugeschaut. I don't care, oh wow. Ich muss nicht mehr zurück in die Lobby. Oh wow, I don't care. Oh hell, na. 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 Das lag schon wieder, wenn ich auf Tello bin, ey. Ich brauch des aber auch Felix, ne? Okay, jetzt geh ich bei die. Ich sollte Lorenz heißen, also what? Sag mal nicht. Lorenz. Ich bin dafür, dass wir jetzt nur noch Lorenz nennen. Mark hat schon nen anderen Namen für mich. Mark nennt mich nur noch Fichtenhof. Lorenz gefällt mir. Fichtlo ist auch geil, Junge, da kannst du mir aber nichts sagen. Oder Jonathan. Ihr dürft mich nur noch Chase nennen. Warum Chase? Oh nein! Weiß doch Julian! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Chase! Also das war ein Peter-Jones, Mann. Welchen Zusammenhang war das nochmal? Ja, der Basketballspieler. Von den Baskets. Von den Uni-Baskets? Ja, und ich war in der dritten Etage und hab'n Let's Go Baskets und du hast das von unten gemacht, Alter. Aber Phil, weißt du immer noch, als wir das immer gesungen haben, auch mit Paderborn und so, und der hat immer mitgemacht, ne? Ja! Mark war dabei, wie die Jungenbrunnen. Oh, Junge. Einfach mal so, Let's Go Baskets. Und dann... Und dann... Let's go! Let's go! Ich kann keine Danze machen. Das war früher schon fast genauso geil wie heute, ey. Oh, Pierre. Pierre, jetzt leakst du meine Adresse und ich markier' dich trotzdem noch. Ey, ich hab' fast 800 Tails. Oh, ich hab' mal 200. Wie? Pierre, hast du den eigenen? Willst du deine Fresse halten dann, oder? Ich hab' fast 400. Ich krieg' nur Tails von Telonym, ne? Und meine beste Freundin. Sonst niemand. Ich gefühl' auch. Kann man Steamy Stacks gehen, oder so? Oder, ähm... Was für Steamy Stacks, Alter? Ich muss da eine Herausforderung machen. Ich muss da eine Herausforderung machen. No Front, ne? Aber niemand landet da, ohne Spaß. Ich weiß, aber ich muss da eine Herausforderung machen. Ey, Solo eigentlich... Mach' drei Kills in Steamy Stacks. Genau. Ey, mach' doch Solo einfach jetzt, dann machst du vier Kills. Hab' ich auch gemacht. Wenn da halt Gegner landen, dann, ne? Ich krieg' ich Solo. Ich hab' grad mal einmal oder so... Solo gespielt. Teil, was hast du genommen? Bist du irgendwie im Schiff oder so? Alter. Ich dachte, du wärst 13, Mann. Du bist nicht so gut. 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 Digga, ich hab' den abonniert jetzt in Tune, ne? Digga, der ist so geil. Der macht immer Streaps, ey. Ich guck' die immer. Der ist jetzt so da noch mit seinen zwei Torten da und springt an irgendwelche Sprüche da. Ja, Ars Dr. Rich! Welche Torten denn, Alter? Ich komm' gar nicht mehr klar. Ja, Junge, Ars Dr. Rich! Ich folge denen auch... Pia, sag mir doch, dass ein größer Ehremann ist. An der Stelle einmal bitte, oben rechts, Hashtag unbezahlte Werbung genommen. Wir sind 3000 Gegner, I swear, 3000 gefühlt immer. Deswegen landen wir hier. Ich hab' einen genockt. Der außerhalb gelandet ist. Deswegen landen wir hier, weiß ich nur. Er hat mich mit der Pistol Hops genommen. Nein! Nein! Wow! Ich hab' zwei Hops genommen. Was wollt ihr? Ich bin dafür, ihr dürft jetzt nicht mal mit mir reden. Also, ich bin echt... Ich hab' einen mit der MP geholt, der ne Tag hatte. Nee, Leute, stopp, das war echt zu krass. Stopp! Oh, wo ist Pia zu? Der macht das feste Gameplay. Äh, mir ist noch einer. Der ist bei mir jetzt auch. Phil, komm rein, wenn du kannst, oder so ich rauskomme. Ja, der kommt hier rein. Ich hab' ihn. Ich hab' manchmal so Kicks irgendwie. Kann mir meine Karte holen? 45 Sekunden. Wo ist die denn? In meinem Main-Haus. Ich hol' die. Ja, ich hol' die. Ja, ich hol' die. Oberste Etage. Der erste gibt der Runde. Ja, das ist gut. Gegner. Dahinten. Clear die. Oh, der ist close bei mir. Danke, Phil. Gute. Er ist noch. Nice aim. Yeah, GG's. Ah, ich werd' gepusht. Ah. Keine Mets. Der ist lost. Meine Karte. Wow, Digga, ich bin noch Phil, Junge. Das hast du gerade verfällt. 20 Sekunden. Wo ist sie denn? Ja, Brodi, Junge. Guck mal mein Leben an. Und so. Hier ist noch ein Gegner, Phil. Piste. Ja, mhm. Sorry. 10, 9, 8, 7, 6. Kann mich wär' gleich holen. Safe, ne? Ich hör' dich. Das war ich mit der Piste. Achso. Aber mag, ich soll ich Mark abholen? Ja, ich guck mal, ich bleib' hinter dir. Zu Not, ne? Dann kann er uns mithelfen. Ey, da ist ne große Munitionskiste hinter dir. Mark schaust du mir zu? Ich schau' nicht zu. Nee. Die hat euch denn zu. Ich brauch safe Loot, Alter. Da lag noch ein Moni hier. Aber ich hab' die auch geholt und jetzt hier links, ne? Danke. Mark, hier liegt ein bisschen was. Hier liegen Southpacks. Komm, ich lieg' euch die gerade hier zusammen rein, was genau. Habt ihr die Southpacks grad' genommen hier? Ja. Jo. Danke. Ich kann ohne Mo nicht ganz so viel machen halt, ne? Ja, da ist ne große, warte, da ist ne große Munitionskiste. Da hinten irgendwo. Warte, Pian, nimm. Wo? Ich halte Ausschau nach der Kiste. Was ist so hier? Wo denn? Also nicht da. Also bei den Gebauten in der Nähe. Also bei der Southpacks. Ach, Digga. Links. 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 Ist noch ne Chest. Digga, Phil hast du mir die Chest weggenommen? Egal, hol sie. Links. Ich bin da oben drauf gelandet. Verbeer, wir play Big Move. Links, nein. Nein, nicht da. Da noch vorher so. Ich nehm' das mit, ja. Mich hinter dir, Digga. Obwohl, nein, Pierre, ich muss doch Kills mit der Pistol machen. Oh, damn. Dann liege mir. Egal. Ah. Sag das doch. Wo ist der Gegner hier? Der Erste holt ja auch mit Big Play. Ach, Digga, dann zieh' ich durch, Junge. Aber der Erste... Ey, ich hab für jeden von euch einen Biggie. Gönnt euch. Aber der Erste hat doch gerade hier den Mark geholt, ne? Geil, Junge. Ich geh jetzt mit der Erste. Hat der Snipermonen? Ich hab selber eine Akku, ja. Oder ne MP oder so. Ne MP liegt hier oben auf dem Dach drauf. Leute, ich zieh' durch. Bei dem Gartencenter. Ängst. Oh, Marc, ich beliefert dich aber auch hier, ne? Hey, Leute, war hier nicht noch ein Stuhl irgendwo? Ich würd' jetzt in die Zone gehen. Ja, der Stuhlbilder war einfach so. Marc, hast du die Moon und du dich? Hier hast du schon Big Play, Big Move? Ja, ich hab mitgenommen. Hier ist auch noch ein Drumshead. Ich hab grad... Der Strudel war irgendwo in der Nähe Sweaty oder der VZR irgendwo da. Ich glaub, da ist der Strudel. Boah, ich hab Southpacks. Also da, aber ich glaub... Marc, du kannst dir doch vielleicht gönnen. Mhm. Ich brauch mit. Wo bist du? Ach, Digga, du bist da hinten. Ich brauch Metz, bro. Ich hab hier auch. Ich hab auch keiner. Fällt mir grad auf. Ich zieh' nur Big Play, Big Move. Ja, hier liegen noch Minis. Jetzt kann ich stacken. Ich auch. Ich brauch einfach die Piste dafür liegen. Ich brauch auch ein bisschen Hülle im Inventar. Ich hab gar kein Heal-Feld mir grad auf. Ich hab noch ein Jagdgewehr. Du wirst nie Heal mit. Ach. Ja, weiß ja auch nicht warum, aber... Aber weil ich immer Jagdgewehr mitnehme neuerdings. Aber ich treff' nichts damit. Hä? Ja. Und M4. Und Big Play, Big Move hab' ich grade dabei. Big Play, Big Move. Dafür hab' ich sonst eigentlich immer hier mit halt ne. Aber jetzt hab' ich das halt mit. Always prepare your hair. Boat, 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 Boat. Was gänst'n du dir? Vor Schuhe. Digga, der sagt nach jedem Satz vor Schuhe, ne? Ich hab' mich... Fakt, Leute, ich hab' aus den Geschossen, Hilfe. Hilfe. Aber wenn vor Schuhe mit SH, ne? Vor Schuhe. Hör, das Boot kommt glaub' ich. Ich komm' gepaddet zu euch. Ich bin hier Claire bei dir morgen. Moin. Das ist da hinten. Moin. Ey, jetzt hat dir mal wer geschrieben. Moin, Phil guckt jetzt auch zu. Wer hat geschrieben? Phil. Sein Bruder. Moin. Moin, mein... Ey, ich glaub' die geht jetzt voll. Ihr seid die Grünen. Mark, du musst deinen Spruch machen. Was birgt? Mach es. Was birgt ihr so bang eure Gesichter? Das ist gar nicht meiner. Der hab' ich von meinem Vorderen gesteilt. Ey, hinter uns auch noch'n Boot, Phil. Phil, hinter uns komm'n Boot. Von... Ey, da wo Mark ist. Mark, bei dir, kann's sein, dass da'n Boot ist? Oder fährst du das Boot? Nö. Der ist inzwischen neben mir halt gefühlt. Ich hab' nur noch vier Cargo. Ey, die schießen auch welche, Phil, Phil. Nein, ich bin hinter dir. Ich bin auch bei euch. Ich bin auch bei euch. Das sind halt drei Gegner, ne? Einer's dead. Boah, der ist Snipe. Einer... Noch einer dead? Mick natürlich. Killsteal! Ah, Mann. 25 hab' ich hier noch... Ey, ich nehm' wieder Sniper mit hier. Da kann ich Big Flavik nur fliegen lassen. Wenn hier noch einer Heal über hat. Naja, egal. Heal über hat? Ein von uns Gegnern, Solti. Mit wem spielt ihr? Äh, wir spielen mit Mark. Also ich spiel' mit Mark. Moin. Phil. Moin. Und... Falala. Das war... Das war... Das war... Das war... Da hinten fährt ein Boot. Leute, wenn ich den snipe... Kriegt's ein Fuffi, okay? Ich find' den nicht mehr. Der mag... Ich weiß doch, dass du einen aus dem Boot gesnipet hast, ne? Alter. Das war ein großer Snipe. Ohne Spaß. Mein Snipe eben, der war auch nicht kacke. Meiner auch. Du mag aber, wenn das klappt, was wir da geplant haben, ne? Meine Güte, du. Oha, Junge, da krieg ich erst mal Instant Orgasmus. Wir können ja auch vorher noch zur Schule fahren und da ein bisschen playen. Ja klar, wenn man sich nicht mehr zu zweit treffen darf, würde ich erst mal zur Schule fahren. Gute Idee, Phil. Sehr nice Idee. Ihr redet doch immer mit, was wäre wenn. Du denkst aber nicht zum Ausdruck. Geil. Ja. Ach lol, der ist gar nicht kacke. Ich dachte, der steht da einfach nur so rum, Junge. Ich hab ja einfach gesnipet gerade. Ne, ne, hab ich gerade auch gemerkt. Der hielt sich hier voll rein. Ja, der haut ab. One Shot. Ehm, ist legendär. Von? Von mir. Ja, und Neil, oder nicht? Der ist geil. Der aim fällt mir. Oh, ich dachte, der kommt meiner. Ey, Leute, hinten bei Agency oder Authority oder wie auch immer die. Und der andere steht hin am Bauch. Mein Spiel ist nice, ne? Die snide irgendwer. Ja, von Authority. Äh, Cheat Break bei Authority. Von da oben drauf, oder? Ey, ich hab nen Jumpass. Sollen wir rein? Ich mag. Let's go, ich weiß. Kann, können wir das mit Authority nennen? Ey, der ist hier drin. Ah ne, der baut sich da hoch. Alter. Seht ihr den? Hier ist aber auch einer hier unten. Ja, echt? Hier ist aber auch einer. Always. Ah, ah. Ey, der ist gar nicht so kacke. Der ist dead. Ey, da ist noch einer. Hier kommt noch einer. Sorry, Mark. Der heelt sich. Oh, kein Stress. Der ist hier unten drin. Der heelt sich. Ja, kein Stress. Ich hab auch noch ein Jumpit für den, ähm, Felix. Ist denn noch ein weiter unten? Felix gefällt mir nicht. Für den Chase, sorry. Haha, das gefällt mir noch weniger. Ah, bei mir ist der. Der kämpft hier drin. Pass auf. Ey, er ist bei mir drin. Hab ihn. Oh mein Gott. Ich kann mich verhöhlen gerade. Okay, er kannst mich mal reinlassen hier. Vielen Dank. Ich hab einen Minis. Ey, ich brauch auch Minis. Ich hab einen AP, Phil. Kann ich die vielleicht haben? Oben liegen Minis. Ja, du kannst ihn haben. Ja, aber du hast sechs Minis. Nein, ich bin tot. Ich hab einen AP, Leute. Ähm, musst du's? Ey, Digga. Ja, das ist halt ehrenlos, ne? Das ist halt ehrenlos, ne? Ja komm. Was denn? Was ist ehrenlos? Was sollen wir denn machen? Ist so... Also wenn du jetzt meinst, dass wir dich ne Zone fragen sollen. Ich kann dich nicht übers Dings tragen übers Water. Das weißt du, ne? Das ist so, wie wenn ich mich versperren würde, warum ich meine Karte nicht wohl trittet. Ich redet gar nicht mehr. Ja? 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 Ja, ich will wieder das Gio ausgemacht und so. Ja! Ja, Mensch. ich muss mich einbauen du kannst ihn ja auch mal abonnieren gegner gegner mit greppler gegner mit greppler irgendwie ist der kack aber irgendwie auch nicht ja ich bin weg ab minus 40 der ist über alle berge über alle berge mit so einem roten profilbild ja weil er hat auch nie Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei jedem anders. Lila mit dem G drin. Ah, moin! Moin! Für mich ist das Rote. G, groß G, dann Aimer, Unterstrich, Leerzeichen und dann LP groß. LP, beides groß. Oh. Ich könnte wohl ein bisschen hier überrauchen, wo ein Messgewöne schmecken. Kannst du mal kurz deinen Marker wegnehmen, Dasha? Wie geht das noch mal aus? Hey, wie geht das? Und indem du den wegmachst, keine Ahnung, jetzt geht überhaupt was witsch. Guck auf Karte, da steht unten Markierung entfernen. Au, was hat das? Hä, das geht grad nicht. Ich drück das schon, ich drück 3000 Mal, das geht grad nicht. Ich blätter nicht. Fehler, Fehler. Ey, gönnt euch doch den Salat, da. Oder cool. Cool. Ah! Ich scheue jetzt. Wo können wir den bisher nehmen? Okay. Ohaah! Ich... Jetzt geht's. Hier ist schon der High-Arts euch mal auf euch abgesehen. Warte. Ich weiß nicht. Ah! Oh, der Looters hier. Mark, ich höfne kurz den Looters. Keiner hat einen 6 und hast die das gleiche. Digger, der geht einfach direkt frei. Ja. Ab und hier auf den Call. Ich kann nicht sehen. Der Mark ist der Gold auch. Der Mark ist der Gold auch. Der Herr der Welt. Ne, ich hab grad einen gesniped. Da waren übel die Files. Digger, der hat die... Der hat das Ding an das Mad-Kit verschluckt, ne? Ja. Ja, keine Ahnung. Merk ich. Ich hab ja Mark, warte die auf. Ich... Ich... Ich dropp dir die hier. Mach mal schnell. Oh, ne. Hier sind so die... Der High! Danke, Phil. Digger, da kommen übelst die Rockets eingeballert. Mich wird so gesniped überall. Ich hab nen Pad, ja. Sehr gut, ich auch. Ah, danke. Da, hinter dir, Phil. Kiste. Da ist ne Kiste hinter dir. Die Kiste ist jetzt das Wichtigste. Nein. Digger, halt. Kann ich hier nicht nehmen. Boah, ist das versweated grade. Hä, ich brauch... No, watch out. Digger, dir hast mehr dran gebracht. Der High-Bug-Troll. Ja, klar, buck der. Ja. Alter, ich kann nicht auf-editieren. Die Edits. Ich kann nicht... Ich kann nicht... Ich kann nicht auf-editieren. Ich schwöre. Der Phil's Edits sind eh immer am besten. Junge, die High-Mucke nervt halt auch einfach enorm. Oh, der Snap, Junge. Der Snap! Der Snap! Hier kannst du auch deinen Marker wegmachen. Ich hab keinen Marker. Bruder, ich erledige mich jetzt für'n High. Der fackt mich halt so ab, ne? Wie wenn du siehst. Ich hab keinen Marker. Ich auch, aber egal. Tatsächlich ist es Philz, Marker. Das ist Emerald. Hinter uns. Digger, die ersten werden gesandwiched. Phil, bei mir ist ein Gegner, ne? Ja, ich bin... Das ist ein Solo, ne? Und das letzte ist dann wahrscheinlich ein Team da vorne. Wo ist der hin? Wer ist mit diesem Schockwolf-Teil weg? Vor uns, vor uns. Ah, hier vorne. Ja, vor uns kämpfen wir hier. Lass ihn mal ruhig fighten. Wow. Ah, Phil, da müssen die Edits kommen. Nein, da kommt nicht Philz. Oh, Phil, ich pehlt einfach weg. Kein Bock mehr. Überall fight! Digga, Phil, freut ihr es? Geil, Junge. Gar nicht gesehen. Ja, die Edits hat Fett. Ja, die Edits hat Fett. Wir sind... Ah, der Jumper nicht geplayt. Oh, Phil, Digga, das war schon wieder geil, ne? Das ist geil. Wer hat da Copyright an? Phil, bist du schon wieder auf TikTok? Bei Ask Dr. Rich? Das war alles da. Digga, der Stream wird noch wenig Copyright gesperrt. Ich hab... Nein, ich hab mir grad den Stream gedenkt. Ach so. Na, guck mal, wie hart die bliegt da oben. Das sind halt so richtig Wikeser, ne? Ja, komm. Das sind halt Wikeser. Ja, wär lächerlich. Ich bin doch so scheiße, dass die Heavy Sniper einfach entfernt wird. Tja, wenn du dafür bist, dass ich einmal auf Ask Dr. Rich gehe, dann mach ich das natürlich. Marc, bist du dafür? Ich kenn den nicht, tatsächlich. Das ist doch der Witz. Hey guys, have a nice week. Oh, sure. Oh, sure. Oh, sure. Oh, sure. Einmal bitte. Ich mal. Oh, nice. Turn it up. Gut, dass ich hier grad übel im Endgame bin. Übel, intense. Und Phil erstmal übel die Mucke gegen West. Während ich mich hier versuche zu konzentrieren. Einmal passt hier. Bitte. Hey Leute, das ist intense. Das ist ein 4 gegen 1. Jetzt hab ich noch Lags. Alter, du hast das. Wikes Game. Wikes Game. Wikes Game. Ja, komm. Lächerlich. Marc, die hat sie holen können eigentlich. Ja, komm. Einmal Ask Dr. Rich bitte anmachen, da. Oh nein, Pierre. Soll ich wirklich? Dann mach ich es. Nein, ich... Ich hab ihn doch schon hier direkt vor meinem... Es lädt halt mehr ab und nicht, das Video. Ja, mach's doch an. Es lädt nicht, Mann. Ich denke, ich mach das jetzt anders. Kennt wer noch Jan B. mit seinem Bambus-Internet? Die Bambus-Leitung. Genau. Hey, Guys. Die Lacherwende. Pierre, hallo. Pink Cake? Gewill. Pierre! Blue Shirt! Pink Cake! Give me a break! Warte! Blue Shirt! Pink Cake! Und sein Schwimmflügeln und so einer komischen Sonnenbrille und so. Mit dem Drip, der Typ. Ey, sag mir nicht, ihr kennt den nicht. Ich glaub, ich hab den schon mal gesehen. Der läuft immer rum mit so einer komischen Mütze, immer so Schwimmflügeln und so einer komischen Handkette und so. Ich hab so einen österreichischen Typ. Ich weiß nicht, welche Nationalität er hat. Aber ist das so peinlich? Ja, fürhört ihr's an. Ja, ich wusste, was ist. Ich schick das in die Autos. Schaut. Schaut in die Autos. Schaut da rein. Das ist nicht so geil. Das kann nicht. Oh my god. Wo springen wir jetzt grad raus? Fichtenhof? Lass. Wohin sind wir denn? The Autority. Oh, das triggert ein bisschen. Wo land ihr denn jetzt? Pleasant. Ich geh graues Haus. Ich geh da hin, wo ich am besten lande. Ich geh Architektenhaus. Ganz vorne das, was markiert ist. Phil, wie kommst du so an? Willst du mir das sagen oder? Wir kommen hier bei die Autority den Heli und kommen dann zu euch. Pierre landet beim fliegenden Thunfisch? Ne, beim Schwimmen denn ist es ja. Ich land hier beim krossen Karpfen. Das ist doch gar nicht der krossen Karpfen. Das ist doch gar nicht der krossen Karpfen. Ich dachte, das ist der fliegende Thunfisch. Der Karpfen. Oh, welcher war fliegender? Der schwimmende Thunfisch. Ich bin ehrlich hier gelandet. Aha. Aber hier steht nicht, was das ist hier. Ich bin der Meinung, das ist der krossen Karpfen. Ne. Der krossen Karpfen ist woanders. Ich kenn den. Digga, im ganzen Haus keine Waffe bisher. Ach Digga, hier ist eine Hai-Musik. Jetzt oder? Und bei mir ist ein Heli. Ja, das bin ich doch. Ach so, moin. 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 Wie kann hier bitte eine Hai-Musik sein, wenn ich mitten im Haus hier gut chille? Und noch nicht eine Waffe zu haben? Kai kann ich trotzdem angreifen. Moin, Mark. Ich komm hier aber auch an der Flogen, ne? Stratz hier mal nicht so rein, Alter. Lande elegant auf dem Fußballplatz. Hey, da wollte ich eine Runde zocken. Was hast du sofort? Welch ist? Stratz. Stratzen? Ja. Nichts gegen Stratzen. Mark ist der Ruinspin, denn auch so ein möglicher Mainspin. Wenn den du okay finden würdest. Können den beide spielen. Hast du den auch? Ja. Stimmt, da warst du ja auch schon aktiv. Ich bin da auch schon, das war Season 8 oder so. Ja, stimmt. So neu bin ich jetzt auch nicht. Wie hast du überhaupt so früh angefangen und bist trotzdem so bad? Oh, das ist ja auch ein Front, ne? Ja, ja, das ist auch ein Front. Nein, die ist nicht ein Front. Weiß nicht. Junge, du hast mir Fortnite beigebracht und ich bin einfach so doll besser geworden. Ja, man braucht halt aber auch für die Armbrust keine Muni und nicht auf den Kreis schlagen. Das gibt weniger Holz. Das sind Kipps auch sehr viel. Man braucht für den Armbrust Muni. Du meintest, man braucht keine Muni. Nee, ich meinte, ich brauche Muni. Du meintest, ich habe noch keine Muni. Man muss erst welche finden. Hallo, Phil. Das war die einzige Waffe, du hättest fast... Was ist denn? Kannst du jetzt mal eine Frage beantworten hier? Ja, mach ich. Hau raus. Kennst du Reif is live? Reif is live. Nein, die Sendung. Ja, ich kenne den doch von... Ich will den Namen nicht sagen, wegen... nur Werbung, ne? Aber ich kenne den nicht. Das ist der, der immer diese Talkshow macht, da. Der Kommentar macht. Ja, der macht mich aggressiv, der Typ. Egal, der hat... Der macht immer... immer sonntags Reif is live. Ja. Also, am... Am unfehlsten sind die Typen, die die Fragen geben, stellen, ne? Ja. Schön, dass sie hier sind, ne? Und das haben wir heute Morgen so... so... so gemacht. Aber da ist auch ein Countdown, ne? Da ist ein Countdown und die Themen angeschlagen und die Themen werden dann auch da besprochen, in der vorgegebenen Zeit, ne? Ja. Ey, Mark. Gamerbrother, ne? Der ist am... fünften Dingens... Die Marodeure kommen, Mark! Ich hör nichts, wenn Phil schreit. Am fünften Juli ist der bei Dingens... äh... Beim Doppelpass zu Gast im Fernsehen. Nein, müssen die Typen! Echt? Das muss ich mir reinziehen. Keil, Doppelpass, Alter! Also, fünfte Juli, wann ist das? Ist das letzter Spieltag oder so? Ne, ne? Es ist jetzt bald, in ein paar Tagen, fünfte Juli. Okay. Das ist Samstag... Sonntag. Das ist, glaube ich, Sonntags. Sonntagmorgen nach dem Spieltag da. Elf Uhr. Sonntags elf Uhr. Aber wenn Schalke den auch verliert und dann ein 16 Spiel hinterlander nicht gewonnen hat, dann wird er da ordentlich was zu motzen haben, ne? Dann kommt der Realtalk auf Doppelpass. Ich warte mal auf den Realtalk gegen Leverkusen und diese andere jetzt von letztens Frankfurt. Leverkusen war er schon. Ja. Ja. Und Dasha spielt hier so doll gegen die Marodeure. Ich helf dir mal, ne? Leute, ich... ich nehm jetzt ein Ei hier. Ich muss eh jetzt schon schlafen, aber das kann sein, ich... nein, okay. Was musst du? Leute, ich bin auf ein Ei! Ich komm ja zu euch hier, der Erste rein ist auf ein Ei. Leute, wo seid ihr? Ich kann mir nicht sagen, dass ihr auf ein Ei bist. Muskel, ich möchte den Ei zeigen, wo ich drauf bin. Dann komm hin! Also ich muss schlafen, ich glaub ich... Ja, hier bin ich doch! Ich glaub ich lief einfach mitten in der Runde. Ja, ich selbst mord mich ja selbst dann. Hallo, kommt nochmal da draußen hier. Also gehst du jetzt einfach auf? Ja, I'm sorry. Ja, wo bist du denn hier? Ja, hier, wo willst du dich? Ja, hier, wo willst du dich? Ja, hier, wo willst du dich? Oh mein Gott, hier ist richtig! Was machen wir mal? Die Eltern, die nicht checken, dass man später pennen geht, tun mir so leid einfach. Also die Kinder. Ja, das ist die Karte. Dann komm ich jetzt nie. Moin, Barg. Ich bin ja auf den Reine. Okay, bye. Ich bin schon... Ja, oh, bye. Leute, wollt ihr euch auch noch verabschieden? Hallo! Hey, kann ich mitm Hai in den Stuhl... Oh mein Gott! Hallo, hier oben! Ja, hi! Guckt ihr das mal an jetzt, Junge. Leute, hier ist ein Rocket Launcher. Hey, Phil! Du musst uns aus der Nähe betrachten. Leute, habt der Rocket Moon! Habt der Rocket Moon! Mag, wie ich grad von oben gefallen bin, ne? Hat der Rocket Moon! Nein! Ja, dann nehm ich nicht den Rocket Moon schon mit. Ist für euch die Mucke? Ja. Bei mir auch. Einmal noch der Jump hier, oder? Der Jump kommt jetzt einfach noch von daher neben dir. Digga, der Hai! Pierre, ich guck jetzt, wie der Spot heißt, wo du gerade dran bist. Das ist gut, wenn wir die andere zeigen. Pierre, kannst du mal kurz zu mir nach oben gucken? Ich bin... ich guck nach oben. Ich spring jetzt von hier oben gleich raus, Pierre. Das wirst du immer live miterleben. Mach das. Soll ich runterspringen? Zum treibenden Thunfisch ist das hier, Pierre. Wie hieß du es, Pierre? Ich seh es. Schau's dir an! Oh mein Gott! Nein! Und jetzt auf die Leine geht! Phil vor seinem ersten Win. Mein Gott, ich brauch den Win nicht heul. Ich rast aus, Phil nach seinem ersten Win. Was hat er eigentlich gesagt? Okay, er hätte das Fortein gelöscht, ne? Gefühlt. Ja, hier sind drei Haie. Drei Haie sind hier. Habt ihr Bock, ob es ein bisschen weiter in die Sachen zu besuchen? Mein Mann! Da hinten sind noch mehr Angeln. Ja. Scheiß mal auf Haie, Alter. Phil weiß noch, als ich eben nen Hai geritten hab, vorhin, als du noch keinen Win hattest und du übel ausgerastet bist. Was reichst du denn auch nen Hai, Junge? Leute, ich komm jetzt noch platt zu euch hier, ne? Mein Gott, der Hai. Digga, guck den dir mal an, Junge. Alter, Junge, den Hai, den ziehen aber auch einen hinter sich her, ne? Gegner vor mir! Marodöre! Marodöre! Sind Marodöre, bitte! Marodöre! Marodöre, bitte! Marodöre! Digga, auf mich wird ein Rocket-Lotter geschossen. Leute, ich geh ohne den Hai weiter. Alter, wir haben immer noch nen Zuschauer. Alter! Die Marodöre, alle waren down. Marodöre, Junge! Ich hab's aber extra genommen. Shit, ich weiß. Hatte wer Schwunggewehren wohl nie? Ich hab zwang gefüst. Ich hab... Ich hab nicht sooo krass viel. LPG-Muni hat auch keiner zufällig, ne? Warte, komm! Ich auch! Äh... LPG-Muni liegt. Kannst mal... Danke, Marc! Bitte! Kuss! Zwei Stück auf mich. Da liegt ja noch nen LPG! Digga, der Hai hat die LPG verschluckt, ne? Gerade hier. Das ist ne mitischer Hai, ja? Mein Gott! Wie der aussieht! Ey! Elala! Alter, guck ihn der mal an hier! Wie der glänzt! Dieser Glance, wie ein Ault! Ey, Gegner! Sam-Sampa! Pff! Da! 99! Soll ich da mal mit dem LPG reinpussen? Ja, LPG! Lass doch lieber einfach in ne Zone und nicht fighten! Dann lass... Ich komm hinter dir her und... Gremlin! Boah, Pferd, aber... Man schmeckt das auch hier, die Spuren vom Bunker-Johnson, ne? Ja, guck mal, ich... Ich bin genau hinter dem, Junge! Alter, das muffelt, ne? Es könnte auch sein, dass ich zwischendrin einfach mal in die Hose scheiße, ne? Was passiert... Weil ich bin ein alter Mann! Ich lauf schon mit Rentner-Pepp was rum! Du bist ungepflegt! Ja, es tut mir auch leid, aber... Wisst ihr, ich saß einfach 90 Jahre in meinem Bunker... Ja... Ich hab von die Banane gegessen... Ich war die ganze Zeit am tausend... ...und in den 90 Jahren nur von der Banane ausgekommen und die hast du doch... Und die hast du ja noch nicht mal getrunken, sondern auf deinem Rücken hängen! Ja, ja... Alter, aber... Ist das nicht schon abgelaufen, du, sag mal? Ja, aber weißt du, man muss... Man muss das nehmen, was man kriegt! Ist nicht so einfach! Ich denke, mach ich wieder eine Story dafür, ne? Scheißkerl! Digga, ich hab Kackenlut! Was war das? Jo! Was war das? Was war das? Ich höre ich nicht, dass er in dem P90... Wer hat das Jump-Hit gestealt? War, komm her! Okay! Thanks! Neat! Danke für die Sprungfläche! Ich will, dass sie wieder Fall ins Game bringen, ne? Ich nicht! Auf mich wird gesniped? Oh, vor uns ist ein Squad! Ich will looten! Gute Rocket! Nein, die war Kacke! Ich hab so viel Muni rausbekommen, ne? Nee! Zwei fette Muni-Kissen! Oh, ich seh sie auch! Muni-Kissen! Ich bin dead! Die hat nämlich gelasert! Ich bin dead! Ich hab ne... Ich hab ne aufladbare Schrotflinte! Und ich dachte mir, warum schieß die nicht? Und schieß... Oh, Digga, ich dachte ich hab ne Tag! Also ich bin auch dead! Die sind ziemlich gut irgendwie! Ja, alles gut! Der bei mir war nicht so krass! Das war ein Taucher! Hier ist die klamme Klippe! Ja, das fehlt nicht, Jungs! Digga, wo gehst du denn runter? Ja, du ziehst da aber auch einen langen auf dem Boden, ne? Boah, jetzt... Boah, ja, komm! Wie lasern die mich? Aber auch diesen... Arminia hat mich geholt! Das kann doch nicht wahr sein! Unten links! Ey, Eremann! Ja... Eremann! Eremann! Eliminiert von Arminia 567! So... So... Ja, ne Runde! Machen wir noch! Leute, ich hab jetzt hier nur Konferenzboden nicht... Also wirklich nicht... Ja... Alles ist schlecht! Ja, okay, machte Deutsch, Englisch, muss ich verstehen. Dann müsste da jeder reinkommen, warum jetzt? Ja. Dass mir noch Frau Wolf eine Mail geschickt hat eben. Wer? Frau Wolf! Zur Konferenz morgen. Was machen wir denn da? Keine Ahnung, da steht nur drin, dass wir dieses Arbeitsplatzbau von Molecule sprechen und dass wir reinkommen sollen. Mehr steht da nicht drin. Ja, dauert schon eine Stunde, so. Ja, Mann. Ich höre dann an den Gakka-Schritt, Marc, hinter dir. Haha, was ist das denn? Der Tantip hier. Oh, Gott. ich muss dir was schenken Junge lol hier ist ein dunkler Dingens mit Red und Pony hier ist ein dunkler Farbenbomb ne doch guck mal der hat Red und Pony komm drüber ist jetzt was gekommen? komm drüber Pony oder was Marc? ja was sagst du dazu? er ist noch nicht gekommen ich guck mal bei mir steht ein Haken ja das ist unterwegs also es wird rausgeschickt erst jetzt sind zwei Haken ich glaub ich geh nach der Runde oft gefühlt ich mach auch nicht mehr lange ich gefühlt auch bei der Konferenz morgen ist das schon so ein bisschen die Konferenz die Chemiekonferenz bin ich echt geheim mach die auch äh so in der Konferenz rock'n'Run ist online nein wer ist das nochmal? justus du schaffst du schaffst den Digga der ist online hat der nicht immer PS4 Verbot gab und sowas? und deswegen war der nie online ja bis zu den Osterferien das ist doch auch schon wieder lange her Junge der war aber nie online der ist jetzt das erste mal online gefühlt nö der ist jetzt der online der war doch mit äh Marc ich hab doch mal mit dem gespielt mit dir und mir weißt du das nicht mehr? doch kann gut sein ja war schon länger her wir sind mit einer Elita jetzt doch klar unserem John Wick Peer wohlgemerkt den hat er auch ne? wohlgemerkt der doch Leute ich brauche Hilfe überwischt Gegner ey jetzt muss ich noch die Drecks Shotgun mitnehmen hier bei mir ist ein Gegner bei mir auch und ich hab einfach nur ne Dinges hab ihn ah sein Maid kommt direkt in die Ecke ey hat er mich nicht gesehen boah so viel XP gerade hier bekommen diese Münzen Junge Marc die Aufladbare ist heftig also nur wenn du damit einen triffst aber was laderst du? wenn du damit einen triffst ist die wirkt wirklich gut die Malodöre kommen oder wie die heißen keine ahnung wie die zacken heißen ach egal egal oh hier sind ein Gegner oh fuck war das ein echte Gegner die war ne übel rum ja leute wie wärs mal wenn die mir helfen würdet ihr euch? ich muss mir grad mitke dran drehen ja Digga bei mir sind alle Gegner wow Junge er sagt bei mir sind Gegner ich komm da hin weil er bei ihm Gegner wir sind auf einmal gesessen ja Digga ich kann da doch auch nicht für dass wir Gegner sind und dass ich gelasert werde und dass ich nur mit drei Leben in Mitte dran ruhen muss ich schau mir jetzt das Video an oh yeah oh yeah was ist das? oh yeah was ist das? internet er hat die Jungs ich geh meine Lobby erstmal dann geht's also Mark verabschiedet sich sagste? mhm tja Mark war nice ich würd sagen wir hören uns an deiner ich weiß nicht ob ich wir sehen das in der Konferenz dann ne? jo ansonsten das mit dem Event was wir da planen ich bring das nochmal auf den Punkt ich sprech das nochmal an und mal gucken was so das Statement von meinen Eltern ist auch mit der aktuellen Lage und so ne? mhm fragst du auch nochmal ja ne? ja sehr gut mach's gut Mark jo du auch tschüssi tschüss 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 tja 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 warte tja tja warte ich ähm in der Guppe tja kann den Abbott mal raus das первом change tja tja Ach, Digga, ich bin so los. Ja, jetzt. Ich habe aus den Gruppen verlassen. Bist du rausgegangen? Ja, ich habe aus den Gruppen verlassen. Habe ich gemerkt. So, warte mal. Ich bin den Skin im Shop so geil, ne? Hast du den gekauft, oder was? Nein, ich überlege mir, weil den V-Wax noch aufzuladen. Weil der ist ja morgen eh drinnen, sagen wir mal. Loser-Fruit oder Loser-Fruit-Paket? Das Paket, wenn. Ich kriege als nächstes Libras, dann habe ich tausend Libras. Kann ich mir das so bestimmen? Ach, Mann. Schmerz, bitte einfach jetzt gucken, wie ich abdance hier. Ich mag den Skin nur in der letzten Stufe, den du dann spielst. Ich check diesen Dance nicht. Du kannst den denken. Ich check dir diesen Dance nicht. Ach, kacke, kann ich mir nicht. Cool. Ich habe auf jeden Fall gesehen, welchen du meinst. Ja, ich habe es. Welchen denn? Mach ich in der Lobby. Ah, und eben noch zu mir sagen Lobby, dass du damit gemeint hast, die Lobby, ne? Jetzt mal sagst du selber, dass du damit Lobby da bist. Ja, Startinsel. Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Boah, ich habe echt Hunger hier irgendwie. So, Pierre, ich mache jetzt mal den Skin. Oder den Skin. Genau. Der hier. Wer ist denn das, Lari, ne? Jo. Nee, Pierre, ich mache mal noch einen Emote. Der ist auch geil. Der ist auch ohne. Der Emote ist geil hier, Pierre. Der ist geil. Da kannst du nichts gegen sagen. Warte, ich mache ihn. Noch mal, noch mal. Jo. Digga, du bist der Armer, Junge. Das soll ich gerade auch machen, Leute. Let's go Pleasant Park. Pleasant Pleasant. Ich glaube, ich nehme da wieder den Highgug, ne? Ja, ey, so geil. Ich lande in dem Haus, Junge. Wo ist das Boot dahinten? Wo? Hier, irgendwo? Dahinten noch. Wo war dahinten? Und dann ist in dem, ich lande ein, zwei dahinten. Guck mich. Jetzt war eine Elfe, schnelle Runde wahrscheinlich, aber, okay, ja. Das hinten war noch schneller, oder? Obwohl alle anderen schon gelangen sind. Ja, ich, ich kann eh nur bis 45 zocken, hat mein Vater gerade gesagt, deswegen, habe ich eigentlich nie versucht. Dann ist es so, dann zock ich halt schnell länger. Ja, ich lande hier auf dem Windrad, ich hole, ich lande immer auf dem Windrad und hole mir die Kiste. Wenn da Granaten drin sind, dann habe ich Jackpot, weil ich die dann einfach reinstellen kann. Bei mir ist nur ein Jump-Head und der Gegner hat eine Waffe. Kann ich hier mich... LOL, ich habe ein Klo benutzt, ich weiß nicht, wo ich rauskomme. Alter, wie lang ist der Weg? Alter, wo bin ich gelandet? Guck mal, ich bin auf einer voll, komplett anderen Seite hier. Wie ist der Gegner, der ist auf K, der steht dir nur so rum. Geil, wie du einfach geschrien hast. Ah, ja, ich puste her, bis du das Wetter. Ja, also ich habe, ich habe, wohl bemerkt, ich habe eine Piste. Ich komme da jetzt wieder zu dir, der Weg, der lange Weg hier wieder. Was ist das für eine Gegner? Wurde gesniped. Was? Ja, alles gut, er hat... Ich habe mich auch... Ja, lass doch kurz ein Lobby und... Ich habe ihm 119 dann mit dieser Scheiß-Shotgun gegeben. Was ist er hier? Ähm... Ey, und dann noch mit der Piste. Hätte ich einen MP gehabt, hätte ich ihn gewollt. Der hat zwei Spam dann immer, dass ich nicht automatisch schieße. Ja, das ist... Bist du morgen dabei bei der Konferenz? Ja, müsste man auch. Ich kann mir... Safe ist nicht jeder dabei, Junge. Ne, glaube ich auch nicht. Ich hätte es so tun. Ich sage, okay, Deutsch war in 26, naja, ich sage 26, drei, zwei, drei fehlen, sage ich. Ja, so mit Dilara und so, viel safe. Ah, weiß ich nicht. Ich schätze, weiß nicht. Jan B. ist auch seltener. Aber der war in Englisch und Deutsch immer dabei. Ja, die Dilara war bei uns in Englisch auch nicht vorbei. Nicht dabei. Miles auch nicht, noch? War nicht. Ne, Stimme war auch nicht dabei. Ja, Frau Pieper hat heute auch heute eine Mail geschrieben zu meiner Mutter. Meine Mutter ist ja diese komische... diese komische... Klassen... ähm... Sitze, oder? Ach, wie heißt das? Ne, ja, ne, die ist... doch... die führt doch die Klassentasse auf. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und Frau Pieper hat heute eine Mail geschickt, in wie viel Geld da noch drin ist, was? Was glaubst du, wie viel da noch drin ist? Weiß ich auch nicht. Eher viel oder wenig? Ich find's viel für Klassentasseverhältnisse. Ohoho, weiß ich. 300, 400 Euro, 500? 700, 500. Über 700. Ist das das Geschenk für Herr Breuer jetzt noch? Was? Sollten wir uns nicht Gedanken dazu machen, an einer geschrieben da? Ja, aber das kommt nicht vom Klassenkastengeld. Frau Pieper meinte, dass man von dem Geld der Klassenkasten nach Corona oder so nochmal einen Fest machen könnte. Was meinst du mit Fest, genau? Ja, keine Ahnung, so wie bei Lena damals oder so was. Aber dafür braucht man ja nicht 700 Euro. Nee, aber vielleicht so 100 Euro oder so was. Keine Ahnung. Irgendwas werden sie machen. Aber ich hab jetzt auch den Win-Henny-Leiter von Season 6, Season 5, Season 7, Kapitel 2, Season 2, von der Season, Season 4, und Season 3, ne? Ich hab von Season 3... Season kalkuliert, hab ich gesagt. Ich hab keinen von Season 4, aber dafür hab ich, äh... Ich hab zwei Hängegleiter aus Season 5. Entschleuniger und den Cruiser. Dann hab ich... Oh, Season 6. Ah, den hab ich einer aus Season 6. Season 7. Ich hab ja auch nicht immer gespielt. Mal gucken, welche... Welche... Was ist mein welches Contell? Doch, ich hab's hier. Guck mal, welches Contell ist. Season 4 Retro-Find-Fiction. Was für den... Weil selten... Season 4 Retro-Find-Fiction ist. Das ist mein... Äh... Äh... Elfes Contell? Das ist kein Elfester Gleiter. Wegsling! Nein, Con... Con Tray! Achso! Mein seltenster Schirm ist Season 4. Meiner 3. Noch ein paar Season 4 hab ich, DecorFock. Hab ich noch einer von Season 4. Meins seltenster Contell ist Season 5. aber du musst halt auch bedenken, dass die danach nicht mehr im Shop waren oder welche die da waren ja, ich habe zwei aus Season 4 ich habe einen aus Season 5 ich habe einen aus Season 5 der auch Season 4 habe ich so ich habe einen aus Season 1 welchen? den hier war der danach nicht mehr im Shop? ich habe mir den gekauft als der ich habe den in Season 4 gekauft und der war dann nicht mehr im Shop ich habe den Driftskin, der war im Battle Pass Season 5 sonst habe ich halt nur noch den blauen Razor dann habe ich noch einen Skin auf Season 4 dann habe ich noch einen Skin auf Season 4 ich habe den anderen Skin auf Season 4 ja den dann habe ich noch einen Skin auf Season 4 ja, den habe ich noch auf Season 4 ja, ich habe den habe ich noch auf Season 4 ja, ich habe den habe ich auch noch auf Season 4 ja, früher halt nichts gekauft den habe ich auch noch auf Season 4 ja, Digga, Phil, du hast auch noch ein bisschen reingepayt, ne? ja, gar nicht noch einen Skin auf Season 1 den habe ich mir aber auch nach Kritis gekauft den ein Skin auf Season 3 LOL das ist das ist mein seltenster Skin der Elite Agent mein seltenster Skin ist glaube ich sogar entweder entweder der hier oder halt der hier oder aber auch warte, wo war das ja, der hier ja also meine Skins, die ich am liebsten spiele ich spiele der ist auch auf Season 4 den spiele ich gerne, den Skin ab und zu ne Quatsch, das ist der Fall, warte den spiele ich gerne sagst du eigentlich, dass mein Dingens mein Driftskin ein bisschen breit ist? ich stelle mich da jetzt auch noch neben, ne? ja die Skins, die ich am liebsten spiele im Moment ist die hier ich bin den Skin voll nice hier, ne? den spiele ich ganz gerne den Ruin... den Ruin-Skin spiele ich seit gestern auch voll gerne und wenn ich mich auch noch ab und zu was spiele ist der hier tatsächlich Heider-Milken-Football ja ich bleib jetzt etwa für ein paar Sessions denk ich fertig der Unidos ja, ich will jetzt aufgehen War trotzdem, ja, das heißt trotzdem, war nice. Ja, ich geh auch noch. Wir sehen, beziehungsweise, ja sehen nicht, aber wir hören uns eigentlich morgen nach Konferenz oder sowas, ne? Äh. Dann, ähm. Schön, wie du, ne? No, ciao. Ciao. Ja, danke an alle, die einen Stream, die eingeschaltet haben. Alk, koste uns aber nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.